Ich hab den Pumf nicht gekauft! Ja! Ich hab die Airbnb-Straße nicht gefunden! Du sollst so ganz laut schreien müssen, Pumf! Ich glaub, irgendeiner wär auch Pumf! Wer von allen Seiten, wenn die gekocht wird? Kommt rein! Hmmmm, nicht immer Pumf schreit! Wenn der von keinem angesprochen wird, das muss ja irgendwas heißen, ne? Bist ihr sicher, seid ihr nicht mehr betrunken? Nein! Nein! Bist ihr sicher, seid ihr zu machen, oder? Ich hab ihn in Berlin, wo die zum Mund beim Baseball schrieb, und ich wusste Pumf, Pumf! Nein, die haben uns ja nicht geschlagen! Gutes Buch! Wir sind ja weg jetzt dann!